exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren sitz der zer 14 20 entscheidung vom 23 07 2024 wichtige entscheidung des bundesgerichtshofs sitz der 14 22 wichtige entscheidung des bundesgerichtshofs sitz der 14 22 in einem richtungsweisenden urteil hat der bundesgerichtshof am 23 juli 2024 in der sache setzer 14 22 entschieden welches die haftung von social media plattformen bei der verbreitung von falschen informationen betrifft diese entscheidung wird voraussichtlich weitreichende folgen für plattformen und deren nutzer haben im konkreten fall klagte ein nutzer gegen eine social media plattform nachdem falsche informationen über seine person viral gegangen waren der nutzer wies darauf hin dass die plattform es versäumt habe die offensichtlich falschen angaben zu überprüfen und gegebenenfalls zu entfernen in der verhandlung stellte der bgh fest dass social media plattformen nicht nur als neutrale vermittler von inhalten fungieren sondern auch eine verantwortung dafür tragen wie informationen auf ihrer plattform gehandhabt werden der gerichtshof betonte dass die verbreitung falscher informationen erheblichen einfluss auf das persönlichkeitsrecht der betroffenen haben könne es sei daher unerlässlich dass betreiber von social media plattformen proaktive maßnahmen ergreifen um die verbreitung unzutreffender inhalte zu minimieren dies könnte durch die implementierung verstärkter moderationsdienste sowie durch bessere schulungen für mitarbeiter erfolgen die für die prüfung der inhalte verantwortlich sind besonders bemerkenswert ist die entscheidung dass der bgh die grenzen der meinungsfreiheit zugunsten des schutzes des persönlichkeitsrechts des klägers auslegte hierbei führte das gericht aus dass die meinungsfreiheit zwar ein hohes gut sei jedoch nicht uneingeschränkt gelte insbesondere dann nicht wenn es darum gehe falsche tatsachen zu verbreiten die den ruf einzelner schädigen können die entscheidung könnte langfristige auswirkungen auf die rechtliche verantwortung von social media anbietern haben es wird erwartet dass plattformen ihre richtlinien zur bekämpfung von falsch informationen überarbeiten müssen um dieser neuen rechtsprechung gerecht zu werden experten sehen hierin auch eine aufforderung an den gesetzgeber klare richtlinien zu formulieren die den schutz von persönlichkeitsrechten im digitalen raum gewährleisten ein weiteres zentrales element der entscheidung war die frage der verhältnismäßigkeit der bgh stellte fest dass die maßnahmen die social media plattformen zur bekämpfung der verbreitung von falsch informationen ergreifen nicht nur effektiv sondern auch verhältnismäßig sein müssen dies bedeutet dass nicht jede form von inhalten zensiert werden darf sondern dass es einer sorgfältigen abwägung bedarf um die rechte aller beteiligten zu wahren im fazit lässt sich sagen dass das urteil des bgh in der sache fs zr 422 einen wichtigen schritt in richtung eines verantwortungsvollen umgangs mit informationen auf social media plattformen darstellt anbieter werden gezwungen sein ihre verantwortung ernst zu nehmen und geeignete maßnahmen zu ergreifen um die verbreitung von falsch informationen einzudämmen wodurch letztlich auch der schutz der nutzerrechte verbessert wird diese entscheidung hat das potenzial die rechtlichen rahmenbedingungen für social media nachhaltig zu verändern und könnte auch andere länder dazu anregen ähnliche regelungen zu erlassen die entwicklungen in dieser hinsicht bleiben daher weiterhin zu beobachten autor anita farke donnerstag 29 august 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020